Willkommen zurück zu einer neuen Swaggeligen Folge Overcooked 2 mit dem Swaggelmann, der den Teig knetet. Kreis. Ich kann das nicht mehr, ich halte das einfach nicht mehr aus, dieses Spiel, das macht mich so fertig. Oh Gott, jetzt, was ist das hier, Hogwarts? Oh nein, Alter, wir sind in Hogwarts oder so. Wir sind in Scheiße noch eins Hogwarts. Ja klar, da oben. Was wollen die denn? Dumblecore sitzt da. Burger. Die wollen gute Burger. Gute Burger? Ich mach schon mal Patties drauf. Okay, mit Käse wollen die, Alter. Oh nein! Die wollen ja alles. Ich bin in Hogwarts abgestürzt. Die wollen ja alles. Käse! Wir brauchen Käse! Und Fleisch, siehst du es nicht? Auch Fleisch. Ja, Fleisch liegt da schon fertig. Macke die Auge auf. Ja, aber die musst du noch braten. Oh, einer will sogar mit Salat. Anspruchsvoll. Höchst anspruchsvoll. Okay, ich mache noch eine Käse, fertig. Also einer will mit Käse und Fleisch. So, hier ist einer mit Käse und Fleisch. Und ich kann es schnell rüberbringen. Wir haben den ersten zufriedenen Konten. Da ist der gehackte Salat und der gehackte Käse. Ich kann runterschmeißen, aber nicht hoch. So, Käse ist drin. Brauchst du noch eine Brötchen? Ein Brädel. Ein Brädel immer rüber. Okay, wir brauchen auch noch einen mit Salat. Wir brauchen auf jeden Fall Fleisch. Achtung! Ah ne, es geht nicht nach oben, das Fleisch. Ne, ne. Shit. Okay, mit Salat. Okay, das heißt wir müssen auf jeden Fall immer Fleisch vorbereiten jetzt dann. Ähm, was ist eigentlich mit den Tellern? Ah, die sind da drüben. Oh oh, es verschwindet. Okay, okay, okay. Okay, Teller ist da. Ich hole Fleisch. Jetzt nicht dieser... Es war jetzt... Warum nehme ich jetzt einen Salat? Ja, keine Ahnung. Völlig unnötig. Völlig unnötig. Ich wollte eigentlich hier so ein Brötchen nehmen. Sag, wenn du Brötchen brauchst, ich schmeiß die runter. Na gut, ich... Hier Fleisch! Wir können hier da oben ja dann auch... Kannst du auch nicht hochschmeißen? Nein! Wenn die Treppe da ist. Ich dachte, es liegt vielleicht an der Treppe. So, Käse, mein Freund. Und ist drin. Einer nur mit Fleisch. Da liegt da... Moment was. Moment. Da liegt da noch Fleische. Oh, ja, ja, ja. Moment. Ich bin dran. Hol dir den Teller da oben. Hol dir den Teller. Bevor die Leiter weg ist. Warte. Ich hau schon mal Fleisch rein. So. Teller, 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 Teller. Teller ist da. So. Der will... Gott. Gib mir Fleisch. Da ist so ein fertiges Fleisch. Liegt da oben oben. Achso, da liegt ein fertiges Fleisch. Ja. Ja, ja, ich bin verwirrt. Ist da. Teller mitnehmen. Und... Runter damit. Oh! Hier ist ein Teleporter. Was hier ist los? Ich sehe es jetzt erst. Der Teleporter-Spiegel, Mann. Oh, da ist ein Teleporter. Ja. Okay, ich mach Fleisch fertig. Ich mach Fleisch. Schmeiß die Käse einfach hoch und mach da unten weiter. Kann ich hochschmeißen. Ja, oder mach irgendwas. So, ich kann eh gerade nichts machen. Alles, was ich machen kann. Fleisch. Fleisch braten. Fleisch. Okay, wir brauchen ein Klassiker Fleisch. Fleisch. Den hab ich hier schon bereits, aber... Der Kunde... Ach ne, der Teleporter, der geht ja. Wups. Und rüber und schwups. Und jetzt hängen wir hier auf der Seite. Oh, da brennt was. Bin dran. Oh Gott, war das knapp. Hier einen mit Fleisch unbedingt rein machen. Das muss hier rein. Das hier. Ich hab jetzt hier einen kompletten. Dann brauchen wir einen nur mit Fleisch. Oh! Da unten brennt's. Alles klar, perfekt. Ohhhh, verflucht. Oh, ich hätt nen Teller nehmen sollen. Hab ein Brötchen. Moment, so rum. Wollen wir rum. Haben wir Käse, 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 Käse. Bauen unbedingt noch Käse. Na shit! Boah, was? Oh mein Gott, das ist ja so übel, heftig, verwirrend. Da kannst du gar nicht mehr reden. Ich hab ihm die Luft angehalten. Ja, ja, ich auch. Ich war plötzlich völlig steif irgendwie, weil ich nicht mehr wusste, wo links und rechts ist. Ich war in der Matrix drin. Ich war wirklich in der Matrix. Ja, weil du dann noch... Oh, okay. Okay, da kann ich nicht langen, okay. Ich hab dann noch irgendwie den Teleport und Treppen und... Oh Gott! Wow! Was für ein Spiel. Was für ein Spiel. Krasses Spiel. Aber man kann auch irgendwie nicht aufhören, ne? Es ist einfach... Es ist... Overcooked. 3-3. Ich bin auch Overcooked. Ey, ganz... Sonne scheint... Es ist hot, hot, hot. Okay, 640. Das sieht kompliziert aus. Ich hab keine Ahnung, was wir da machen. War da irgendwas mit Wurst? Okay, Pizza? Wurst? Wurstpizza? Käse? Wie macht man eine Wurst? Muss man eine Wurst einfach häkeln? Ja, ja. Hacken und braten. Wie immer. Ich seh hier keine Pfannen. Ne, ne. Das ist alles irgendwie... Ach, Ofen! Klar! Pizza, Junge! Naja, stimmt. Die Käse... Nein! Wir sind beide auf einer Seite jetzt! Nein! Oh, shit. Ist hier ein Ofen? Da ist ein Ofen. Ich hab hier... Da muss aber noch eine Wurst drauf. Wieso? Ja, das ist ein... Jetzt in den Ofen. Okay. Hä? Okay, hier ist einmal... Ich mach die Teige. Mach die Teige. Ich mach die Teige. Ich mach die Teige. Teige ist auf Teller. Ich mach die nächste Teige. Teige ist auf Teller. Da ist die Wurst. Ich geh jetzt mit. Teige ist da drauf. Was? Irgendwas brennt? Die Pizza! Die Pizza! Ich kann die nicht holen! Nein! Oh Gott. Der Ofen brennt. War das die erste einzige Pizza, die wir gemacht haben? Du kannst da nicht hin! Nein! Käse! Hier ist nochmal was mit Wurst. Hier ist auch eine komplette. Hier ist nochmal was mit Käse. Wurst, Tomate. Haben wir hier nur... Ah, die Öfen sind auf der anderen Seite. Eigentlich müsste einer unten... Okay, ich geh runter. Du bleibst oben, ich geh runter. Nee, jetzt ist ja links und rechts wieder. Jetzt ist links und rechts wieder. Nimm den Feuerlöscher. Nimm den Feuerlöscher. So, ich brauch Tomaten. Haben wir noch keine einzige Pizza? Nö, die ist verbrannt. Dafür werden wir sowas von normal machen müssen. Du musst sie wegschmeißen, wegschmeißen. Das müssen wir nochmal machen, ey. Jetzt gleiches oben und unten. Jetzt gleiches oben und unten quasi. Okay, ich brauch Teig. Und da oben liegt auch noch Wurste. Die Pizza ist gleich fertig. Und Käse. Aber kann ich nicht abliefern. So, und jetzt müssen wir oben und unten. Bleib oben. So, die ist fertig, ne? Ja, ja, ja. Mach mir Käse. Hä? Ah, ich brauch einen Teller. Wo ist der Teller? Wo ist der Teller? Hast du einen Teller? Ich hab keinen Teller. Hier liegt nirgends von Teller, oder? Siehst du einen? Nee. Shit. Okay, wir müssen da ein bisschen kombinieren. Okay, dann hauen wir mal das Ding da in den Ofen rein. Da muss Käse, oder nicht? Warte, hier ist Käse. Und ab. Käse muss immer. Und jetzt hier schnell. Okay. 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 Ich muss da links. Wow. Wow. Unsere erste Pizza. Geil. So, hier fertige Pizza. Fertige Pizza. Mach den Platz. Ich hab keinen Teller wieder. Da ist der... Ja, aber... Ah, hier drüben ist ein Teller. Der muss gespült werden. Du hast die Spüle. Schnell. Da oben ist auch ein Teller. Okay, perfekt. Und die ist raus. Ich mach noch einen Teig. Eine mit... Wo das verbrauchen? Eine nur mit Tomate und Käse. Okay, ich bleib unten. Oben ist noch Tomate. Ach wohl... Hä? Hä? Jetzt schwebt mir die Tomate weg. Okay, Moment. Okay, du bist nach unten. Du darfst nicht immer alles direkt auf die Teller legen. Du legst immer... Ja, will ich ja auch nicht. Okay, die ist fertig. Teller drauf und... Tschüss. Jetzt machen wir eine mit was? Hä? Käse. Kommt. Wir brauchen viel mehr Käse. Tomaten und Käse. Okay, wunderbar. Ähm, wir müssen Teller... Da oben liegt gehackte Wurst. Ich komm an die Teller nicht ran. Du kommst an die Teller ran. Da ist gehackte Wurst. Geh nach rechts, geh nach rechts bevor die Teller... Ich bin drüben, ich bin drüben. Pizza ist fertig hier oben. Noch Teig. Die ist durch. Ich brauche einen Teller. Ich brauche einen Teller. Er hat schon wieder da oben alles auf die Teller gelegt. Ja, weil ich gedacht habe, wir haben gleich wieder einen Teller. So, Wurst haben wir eine mit Käse. Boah. Oh mein Gott. Das ist ein Albtraum. Das ist ein Albtraum. Das ist ein Albtraum, das Spiel. Wir müssen das nochmal machen. Ja, das müssen wir... Ohne Stern geht gar nicht. Also zwei ist Pflicht. Ohne Stern können wir auch gar nicht weitermachen. Wir müssen einen oder zwei haben. Okay, ich hab's jetzt aber drauf. Du darfst die fertigen Sachen nicht immer sofort auf die Teller legen. Da sind genug Felder frei, wo du die hinlegen kannst. Und dann einfach auf einem Teller immer fertig machen. Weil sonst... Ja, wir müssen immer einen Teller für die Pizza übrig haben. Einfach nichts auf die Teller legen, außer du willst eine Pizza machen. So, also die erste braucht Tomate. Die können wir schon mal drauflegen. Dann Wurst und Käse. Machst du Käse? Ja, Käse müssen wir auch jede Menge fertig machen. So geil. So, ich leg den mal ganz kurz hier unten hin und mach hier noch einen Fladen. Wieso hab ich jetzt einen Teig in der Hand hier? Was soll das? So, das... Wurst kommt jetzt drauf. Ich brauch Käse hier drüben. Käse ist da. Kannst du unten einen Ofen hauen, das Ding. Du hast auch einen Ofen. Ah, stimmt. So. Fladen. Fladen hat er. Machen wir eine zweite jetzt. Beser. Warum liegt hier Wurst rum? Oh, der unten ist fertig. Oh, oh, oh. Okay, okay. Auf den Teller hier drüben. Da. Fertig. So. Okay, hier haben wir eine mit Wurst. Tomate muss da drauf. Oben Tomate ist fertig gehackt. So, rein damit. Jetzt musst du hacken. Jetzt musst du hacken, Junge. So, warte. Wir brauchen wieder einen neuen Fladen. Okay, wir haben einen Teller. Also hier ist das. Fladen. Tomate. Käse liegt oben. Fertig. Ist drauf. Und noch den Scheiß hier. So, kein Ofen das Ding. Oh, warte, warte. Ich steck fest. Ich kann nicht rüber. Ich renne. Ich renne. Oh, ich hab's gerettet. Boah, das war ja mies. Ich hab festgesteckt. Jetzt können wir eh nichts machen, oder? Doch, wir können. Ein Ofen zwar nur zur Verfügung grad, aber egal. Wo ist der Fladen? Da oben ist ein Fladen, aber... Hä? Wo ist die Fladenkiste? Ach, hier ist die... Hier, hier. Hier ist die Käsekiste. So. Okay, die ist fertig. Teller. Raus damit. Okay, okay. So, Fladen hier drüben. Kann man eigentlich auch schon was auf den Fladen so drauf machen? Ohne Teller? Ja. Ja, es geht auch. Perfekt. Wurst drauf, Tomaten. Ich bleib oben, du bleibst unten. Ja, ja. Okay, hier ist der nächste Fladen. Wir brauchen Tomaten. Wir brauchen Tomaten. Immer Fladen mit Teller. Und dann... Genau, so. Hier kann... Ah moin, das ist jetzt durch. Ich brauch hier noch einen Teller. Hier, das ist eine fertige. Da muss nur ein Teller drauf. Ach so. Ab in den Ofen damit. Ab in den Ofen. Ab in den Ofen. Okay, wir brauchen... Ja gut, wir können eine mit Tomaten und Käse. Die könnte ich jetzt schon reinlegen. Hier, hier ist schon... Rein damit, rein damit. Okay, warte, ich muss wieder rüber. So, hier ist ein Fladen drauf. So. Oh, die Tomaten zweckeln. Ey, deine Pizza ist fertig da unten rechts. Deine Pizza. Alles klar, deine Pizza ist... Ne, du hast nichts. Ich brauch nur einen Teller. Ich brauch nur einen Teller. Warte, ich hab hier einen Teller. Hier ist leider jetzt ein gebrauchter Teller. Oh, wir brauchen noch eine mit Käse. Hier ist mit Wurst und Käse. Kann rein. Komm schon. Neue Tellerlieferung. Nach oben. Geh nach oben und hack. Ich bin oben, ich bin oben. Tomate. Was war das? Ja, wenn eine Bestellung durchläuft. Ach so. Ah, da kacke ich mich immer ein, ne? Hier ist noch eine, hier kann in den Ofen rein. So. Wurst wird gehackt. Wir brauchen jetzt noch ein paar Veggie. Wir brauchen ein paar Veggie-Pizzen. Ehhh, sowas mach ich nicht. Oh Gott, ist das anstrengend. Okay, die ist fertig. Geh nach links oder rechts. Wo willst du denn? Ja, dann haust auf den Teller. Hier, haust auf den Teller in der Mitte. Boah, wir haben es geschafft. Wir brauchen immer einen zentralen Teller, ey. Tomate, Tomate, Tomate. Okay, das ist ein volles Programm hier unten. Ab in den Ofen damit. Du hast auch einen Ofen rechts. Boah, haben wir es geschafft? Boah, ist das krank, ey. Alter, wir haben gerade so viele Sterne gemassert. Heftig. Alter, ist ja aber sehr gute Pizza, musst du so sagen, hä? Alter, ich hab ein Waschbären in nem Rollstuhl. Alter. Slow Raccoon. Slow Raccoon. Wheel Raccoon. Wheel Coon. Wheel Coon. Wheel Coon. Wow, man, dieses Spiel. Ey, ich hab noch nie so was anstrengendes gespielt. Noch nie. Ja. Alter. Und die nächste. Oh nein. Was? Du musst weitermachen. Wieso denn? 440, das wird also irgendwas Ekelhaftes. Irgendwas ganz Ekelhaftes, ja. Hogwarts, ach du Scheiße. Burger. Burger mit... Ich kann nichts hacken. Warte mal, okay. Wir müssen hier rüber auch. Man landet oben. Hier muss man abgeben. Oh Gott. Ja, du musst hacken. Also, du musst hacken. Ich seh der Käse. Müssen die... Müssen die Tomaten da rein? Nee. Nein, nein. Kriegste du Fleische. Kriegste du Fleische. Ich muss mir hier die Burger... Du musst mir dann das fertige rüberschmeißen quasi. Und Braten. Mach zuerst Fleisch. Weil Fleisch dauert am längsten. Ja, ich bin dran. Jetzt hast du es schon auf den Teller getan. Jetzt kannst du es nicht mehr schmeißen. Ich wollte das nicht. Ja, ja, ich wollte das nicht. Einfach auf die Tische legen. Oder schmeiß mir doch einfach ein Ding rüber. Ein Paddy. Ja, aber wie kriege ich denn den Scheiß zum Beispiel jetzt da runter? Ich muss rüber laufen. Echt? Ja. Oder warte. Oder ich hol's. Achso. Boah, du Kacke. Ups, das hab ich wieder draufgestellt. So. Wir brauchen... Ich hol's mir ab, das fertige Fleisch. Ja, dann kannst du aber auch gleich... Ah, nein. Wir müssen uns oben in der Mitte treffen immer. Guck. Okay, wir treffen uns in der Mitte. Ich stell dir hier die alte Pfanne ab. Du stellst mir das da hin. Weißt du? So. So läuft's. Okay, okay, okay. So. Pfanne drauf. Tomate. Was will ihr denn noch? Was will ihr denn noch? Da oben ist gebrutzeltes. Ich hab aber keine Käse. Käse bringe ich dir. Warte. Ich bring dir Käse. Du musst rüber werfen. Werf alles rüber was du hast. Achso. Fettigen Käse kann man rüber schmeißen. Und ich muss nur die Pfannen abholen quasi. So. Der ist dann jetzt fertig, oder? Keine Ahnung. So, warte. Oh. Es gibt's doch nicht. Ich hab hier halt nix jetzt zum Arbeiten. Ich brauch... Ich brauch Käse. Ich brauch alles. Kriegst du hier Tomate? Kriegst du Salate? Kriegst du Käse? Kriegst du Fleisch? Kriegst du alles? Hä? Warte. So. Wir brauchen Burger. Wurstgebratenes Paddy. So. Zack. Paddy musst du hier oben abholen. So. Salat. Ich habe keine Käse. Käse kannst du so rüber schmeißen. Schmeiß rüber. Das mach ich. Hier. Was zur Hölle? Ich hab ganz normal geworfen. Hier ist ähm... Tomate. Tomate, Salat ohne Käse. Passt! Der geht. Der geht. So. Hier oben gibt's Fleisch. Wollen wir Zutaten von allem. Alles rüber werfen. Ach so. Kacke. Kacke. Leg das da weg! Käse. 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 Du brauchst nämlich nur noch Käse. Dann kannst du ihn da oben fertig machen. Hier. Will einer mit nur Käse und nur Fleisch oder was? Jajaja. Bitteschön. Ich habe keine Teller mehr. Teller gibt's... Nee, die musst du machen, ne? Hier, Teller. Okay. Oh Gott, ist das ein Chaos. Wir kriegen ja einen Haufen... Nee, wir müssen uns anders... Nein, über die... Über die Mitte. Es muss über die Mitte einfach nur. Ja, wir müssen uns aber trotzdem ein bisschen anders strukturieren. Wieso? Du musst nur über die Mitte gehen. Okay, Teller müssen eh nur bei dir bleiben. Ich brauche eigentlich gar keine Teller. Jaja, eben. Aber du musst mir immer wieder hier alles rüber werfen. So, Pfanne. Hier ist ein Käse. Ich muss eine neue Pfanne mitnehmen. Genau. Hier ist Salat. Alter, wir haben 31 Punkte. Das gibt's ja gar nicht. Käse, Salat, äh... Ich habe keine Zutaten. Brot, äh... Hoppla. Oh ne, das kann da hin. Käse. Tomate. Tomate. Okay, wir müssen es normal machen. Aber diesmal müssen wir... Richtig abgehen. Salate. Holy... Shit, was ist denn? Tomate. Oben ist noch Fleisch. Oh Gott. 116. Das müssen wir normal machen. Oh mein Gott. Es muss aber über die Mitte laufen, ist halt gut. Ja, es muss über die Mitte laufen. Einfach schmutzige Teller und so. Ich mein, dafür haben sie die wahrscheinlich extra eingerichtet da, die Mittelzone. Naja, die Mitte. Die Mitte. Es muss über die Mitte gehen. Es geht immer über die Mitte. Das ist ein Mittelspiel. Ja. Ganz klarer Fall von mittig denken. Und ich schmeiß dir halt jetzt erstmal einfach Fleisch rüber. Erstmal Fleisch, ja. Damit es direkt hier gebraten wird. So, ich gebe Vollgas. Ja. Käse. Käse. Warte, hier ist schon zu viel. Ich kann die Sachen nicht mehr greifen. Salat. Salat. So. Jetzt mach ich nämlich hier schon mal Burger. Buns fertig. Fleisch kannst du mir geben. Zack. Nein, ich... Nein! Nein! Einfach wegschmeißen. Gott. So. Alter, ist das ein heftiges Spiel. Wer ist denn die Scheiße ausgedacht? Ey, kranker Mensch, ey. Perverse Sau. Ne, warte mal. Tomate. Ich brauche Tom... Doch, einer braucht Tomate. Der hier braucht nur Käse und Fleisch. Den kann ich dann schon mal abliefern. Salat. Salat. So, der braucht nur Käse und Fleisch. Tomate. Der braucht Käse, Salat. Ih, der ist ja Veggie. Ey, wieso brauchen die alle keinen Käse? Tomaten, Salat. Äh, warte. Abliefern. Keller mitnehmen bald. Ja, ja. Man darf halt auch keine so falschen Gerichte abliefern. Fleisch werfen, Fleisch werfen, Fleisch werfen. Auf. Okay, okay, okay. Weg da. Ich vermisse einer meiner Pfannen. Äh, ist hier drüben. Bring ich gleich mit. So, was haben wir denn da? Da muss Käse drauf. Salat. Einer braucht noch Salat. Dann rüber. Ich hab nix mehr. Ja, sagen. Alles rüber, alles rüber. Ja, vor allem schmeiß ich so viel rüber. So. Salat. Läuft. So, den liefer ich ab. Oben gibt's Fleisch. Alter, ich hab das Fleisch direkt drauf gelegt. War doch gut. Fleisch, Tomate. Du musst Teller machen. Hast du noch Salat? Ja, Salat kommt. Du musst mir Teller abliefern. Wir brauchen... Ja. Ja, du hast die Teller da oben, die stehen alle bei dir. Wo denn? Oben. Oben. Oben drin stehen die. Oben. Direkt neben dem Lieferding. Ach da! Ja, ja. Da sind die Teller. Komm. Wir haben keine mehr. Ich wusste gar nicht, dass die da stehen. Ohhhh. Vielleicht wieder Abzüge. Wer will denn nur mit Fleisch und Brot? Hier ist Fleisch. Hier ist Fleisch. Ich brauche mir Fleisch auch hier drüben dann. Tomaten. Warte mal. Der braucht noch Salat hier. Dann kann der, glaube ich, weg. Was willst du? Was? Fleisch, Fleisch. Und Käse. Alles halt. Komm schon. Okay, der Burger muss raus. Nice. Ist doch. Hier ist Käse. Haben wir Teller. So, der will nur mit Käse. Ich muss das hier. Hier oben ist neues Fleisch. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Hier. Käse. Ich brauche Bulle. Ja, sehr gut. Ich habe schon mal zum Protzeln. Drei Sekunden noch. Oh Gott, ey. Da ging das wieder nicht hin, oder was? Das ist die schwierigste Runde bis jetzt. Salat, Käse. Ich habe keinen Salat mehr zum... Hä? Da war... Ach, da war kein Fleisch. Weiß drauf. Veggie. Warum wollte der keinen Veggie? Oh, Alter. Oben ist nochmal ein... Burger, hier. Tomaten. Salat. Ich habe keinen Salat. Oh Gott. Rüber, rüber, rüber. Nein! Was? Alter! Was ist das für eine Karte? Ein Stern. Alter, ey. Wollen wir noch einen Versuch wagen? Ich weiß nicht. Willst du einfach so wagen? Ja, komm. Das wird jetzt... Ich kann das nicht aufgeben. Hahaha. Ich kann das... Mit einem Stern kann ich das... Wie als hätte mir jemand... ein Stück Fleisch ins Gesicht geschlagen. Weißt du? Aber das ist schon echt hart, Alter. Okay, du gehst mir Sachen rüber. Und ich buche dir schon mal die Teller rüber. So, Fleisch 1. Fleisch 2. Auf geht's. So. Warte mal. Dann brauchst du einen Salat. Dann brauchst du eine Tomate. So. Dann brauchst du Käse. Käse. Und noch einen Salat. So. Das reicht dann erstmal. Dann kann ich mir hier schon mal zwei Teller fertig machen. Hol mir von da oben noch den sauberen. Hier kommt die erste Pfanne. Pfanne Nummer 2 ist unterwegs. Okay. Fleisch. Salat ist unterwegs. So. Sehr gut. Fleisch. Käse wird gemacht. Käse kommt. Tomate. Bring mir mal Tomate, Junge. Tomate ist unterwegs. Warte mal. Guck mal. Der kann ja schon weg hier. Er ist ready. Tomate. Teller kommt rüber. Sehr gut. Sehr gut. So. Er kann raus. Alles klar. Fleisch ist unterwegs. Da ist Käse. Zutaten. Da ist Käse im Waschbecken gelandet. Hopp. 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 So. Da brauchst du auf jeden Fall noch einen Käse. Da brauchst du auch noch einen Käse. Käse kommt rüber. Aua. Salat. Und hier nochmal ein Fleischnotfall. Ähm. Da brauchen wir einen. Das ist... Fleisch ist oben. Das kommt da hin. Brauchen wir den hier. So. Der ist auch durch. Wunderbar. Äh. Quatsch. Legt das da hin. Und alles, oder? Den brauchen wir... Doch, brauchen wir schon. Oben hast du Fleisch. Ja, ja. Teller müssen gleich gemacht werden. Ja, ja. Du musst erstmal deine Pfannen wieder zurückbringen hier. Alter, ist das ein Stress, ne? Teller mitnehmen hier. Jetzt habe ich die falsche Pfanne genommen. So, warte mal. Hier ist ein Burger. Der kommt jetzt auf den Teller. Was kriegt der denn noch von mir? Käse kriegt der und dann kann er raus. Da wird der nächste Fleischkumpen gemacht. Ja. Nehmen wir das Fleisch mit. Packen wir mal da hin. Nehmen wir gleich einen Burger dazu. So. Legen wir da hin. Kannst wieder Zutaten dann auch rüberwerfen, ne? Käse oder sowas. Ja, ja. Ich mache hier gerade einen Burger. Warte. Salat. So. Käse. So. Hier oben ist wieder Fleisch am Start. Käse. Tomaten. Zwei Stück. Jawoll. Fleischi. Au. So. Okay. Käse brauchst du, ne? Für den nächsten Tag. Ich schau grad. Tomatensalat. Der ist fertig. Der wollte keinen Käse. Was? Der braucht einen Teller, oder was? Ich hab keinen Teller. Oh, Schiss. Oh, shit, ey. So. Jetzt mal ganz schnell hier. Okay, du hast jetzt wieder gute Zutaten drüben. Ja, ja. So. Burger, Salat. Salat. Ich muss Teller machen gerade. Oh, da haben wir Salat. Nur eine Minute. Der will nur mit Fleisch. Kann ich nicht machen. Willst du dir ne Pfanne? Okay. Ja. Ey. Ah. Läuft. Oh, läuft. Läuft. Das kommt da rein. Salat. Alter. Der will Tomatensalat und Fleisch. Haben wir kein Fleisch? Bleib drüben wegen deinem Fleisch, Alter. Oben ist noch ein Fleisch. Echt? 23 seconds. Ey, was? Unmöglich. Das ist einfach... Hier nochmal Salat drüben. Boah. Alter, das ist so hardcore. Käse und Salat. Salat. Kein Teller, Alter. Salat. Gib den einen ab. Ist der eine nicht fertig? Ah, da war kein Teller. Oh Gott. Haben wir es geschafft? Ja, Mann. So, die Folge ist vorbei. Die Folge ist dead. Die ist vorbei. Krass. Dafür will ich jetzt aber eine Bewertung sehen. Krass. Dafür... Ich will Bewertung sehen. Ohne Ende. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht mehr. Mach mal. Mach mal. Oh Mann. Kevin freut sich. Der Zwiebelkönig freut sich. Ich freu mich. Ich hab Freude in der Hose. Ich hab Freude. Ich hab Freude. Ganz viel. Könnte natürlich auch Blut sein. Aber ich glaube es ist Freude. Gut. In der nächsten Folge geht es weiter mit diesem fantastischen Spiel, das ich aber irgendwie auch hasse. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss. Puloloi.